Hallo liebe Leute, da sind wir wieder zurück, beim zweiten Versuch. Wir haben trainiert, einiges trainiert in der Naturzone. So sieht das Team aktuell aus. Warakuda, ich weiß nicht, wie hieß er, habe ich vergessen. Kamal? Ne, der Fisch. Keine Ahnung. Einfach zum Fisch haben wir ausgetauscht und ist eigentlich egal, wenn wir da mitnehmen. Kranowicz hat ein bisschen zu viel abbekommen, weil wir waren nämlich in der Naturzone, haben da Dynamax-Kämpfe gemacht und dann die EP-Bonbons verteilt und ja, er hat ein L bekommen und das war noch nicht zu viel, aber naja, weiß man ja vorher nicht, wieviel das macht, genau. Da haben wir nicht nachgeguckt. Rente auf 34, Rifex, unser Toxel hat sich entwickelt auf Level 30. Da gibt es einen Unterschied zwischen der Hochform und der Tiefform. Wir haben jetzt die Hochform, ne? Mhm. Genau, das kommt auf das Wesen drauf an, müsst ihr mal im Wiki nachgucken, im Poke-Wiki, welches Wesen welche Form hervorbringt. Dann haben wir Maroon noch mit, OH34 und Zalanga OH34. Das soll zwichten. Wir fangen direkt mit Kranowicz an, um der Vergeltung aus dem Weg zu gehen, hoffentlich. Weil Vergeltung funktioniert einfach nur so, es hat eine Prio für minus 4, also wird immer als letztes ausgeführt, aber verdoppelt sich, wenn das Pokémon Schaden bekommen hat. Aber er drückt halt die ganze Zeit Vergeltung, ne? Und irgendwie müssen wir ja Schaden draufballern. Deswegen fangen wir direkt mit Kranowicz an. Hat auch den Bohrschnabel erlernt, statt den Pflücker. Das heißt, da ist auch nochmal mehr Stärke drauf. Der macht nämlich 80 statt 60. Und dann hoffen wir mal, dass es das richtet. Ja. Wir haben jetzt auch online endlich mal gemacht. Ein bisschen schade, dass die Naturzone jetzt eigentlich schon vorbei ist. Aber wir können ja nochmal eine Folge machen, indem wir einfach in der Naturzone nochmal alles zeigen. Weil da fahren dann die ganzen anderen Spieler halt rum und so. Ja. So, dann schauen wir mal. So, und dann wird auch direkt der Bohrschnabel gedrückt. Und wir hoffen, dass es killt. Nein! Es killt nämlich genau nicht. Ah, das gibt's nicht, ey. Aber diesmal killt die Vergeltung nicht mehr, weil wir jetzt um einiges stärker sind. Ja. Das ist gut. Okay. Dann bleiben wir mal mit Kranowits drin, würde ich sagen. Jo. Da kann man eventuell Opfern, wenn wir das andere heilen sollen. Diese Kranowits. Ah, es ist mir so doof, dass Kranowits so hoch ist vom Level. Wenn es jetzt 34 gewesen wäre, wäre das vielleicht ein bisschen spannender gewesen. Oh, naja. Wir haben ja schon einmal verloren. Genau. Da sind wir ja vorhin auseinandergenommen worden. Aber ich find's krass, dass man wirklich trainieren muss, auch für die Arenen. Das war vorher eigentlich nie der Fall. Da konnte man einfach durchgehen. Durchs Spiel. Du musst eigentlich nie trainieren. Trotz dieses heftigen IP-Teilers. So ist es schon schlecht. Oh, Lauchzelot. Das ist die Weiterentwicklung von... Das ist die Weiterentwicklung von... Das ist die Weiterentwicklung von Porenta. Ach du! Was ist denn wie so? Ohoho. Das ist ja lustig. Okay. Ich glaub ich setz mal ein High-Item ein. Ja, das kriegt man, indem man mit Porenta dreimal einen Volltreffer landet im Kampf. Dann entwickelt sich's. Haben wir anscheinend noch nicht gehabt, obwohl wir schon so viele Volltreffer hatten. War wohl noch nicht der Fall. Aber ich heil nochmal. So. Oh. Jetzt wird's spannend. Jetzt macht, Lauchzelot ernst. Endlich hat Porenta eine Entwicklung bekommen. Ja, stimmt. Hat ja lang genug gedauert, ne? Ja, es hat so lang gedauert. Alle haben nur gesagt, ob noch Renta soll ich mal wenigstens eine Vorentwicklung bekommen oder so. Oder Weiterentwicklung. Jetzt ist es ja nicht soweit. Haben sie echt auf die Community gehört. Ist schlecht. So. Nein! Outplayed. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Es setzt Scanner ein. Das heißt, eine Runde verschwendet vom Dynamax. Okay, es geht ruhig den Scanner durch. Okay. Aber es geht trotzdem nicht viel ab. Ah, das ist natürlich bitter. Das heißt, wir haben jetzt nur noch einen Angriff auf sein Dynamax Pokémon. Hier. Hier. auch wenn da so ist es sicher. Ja, das ist schon los. auch wenn es dich so alt ist. Mal ormai, oh. Halbstandhafte geben unsere Unser Bestes. 36. Okay, dann geht das ja doch vom Level her. Okay, meine, dann schlagen wir immer alles kaputt. Irgendwas Stärke, Respekt, irgendwas. Okay, der... Wie sieht das denn aus? Da riecht creepy aus. Das ist sehr speziell, sieht das auch auf jeden Fall. Ja. Komm schon, Dynadüse. Okay, immerhin. Dynadunkel, okay. Jetzt mussten wir uns wieder zurückverwandeln. Okay, dann schauen wir mal, wie viel der Burschnappe abzieht. Ja, passt doch. Alles easy. Brennt da 35. Auflockern. Ah, das war nicht schlecht, aber brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir spielen ja nur die Story. Konnte den Kampfgeistern ab Pokémon deutlich spüren. Ja. Easy. Und Kranowicz entwickelt sich. Oh mein Gott. Geil. Das sieht ziemlich gut aus. Niemand wagt es, ihm den Himmel über Gala streitig zu machen. Sein schwarz glänzendes, stehlendes Äußeres schüchtert jeden Gegner ein. Ach, Stahl ist das statt Unlicht. Stahlflug. Stahlflüge erlernen, okay. Nehmen wir mit. Das können wir wegmachen. Ja, nice. Sehr cool. Öh, Maroon entwickelt sich auch. Was ist hier los? Was passiert hier? Goll. Geil. Maroon hat sich zu einem Liberloh entwickelt. Ist das die letzte Form, oder? Das ist die letzte Form, ja. Okay. Es jongliert kleine Steine mit den Füßen und erschafft daraus einen Flammenfußball. Seine Gegner verbrennt es mit scharfen Schüssen. Nice. Deswegen Kickerlos soll ein Fußballer sein. Ah, okay. Lol. Äh, 120 Stärke. Physisch. Das war nur 90 Genauigkeit, aber... Okay, das ist heftig. Ja, kann man hier nochmal mal Kopfnuss für weg. Das ist ja krass. Ja, nice. Das hat doch gelohnt. Ich danke dir für diesen Kampf. Unser Schlagabtausch hat mich einiges gelehrt. Überraschenderweise hat der Kampf gegen dich mein Herz regelrecht zum Tanzen gebracht. Dabei weiß ich, wie wichtig es ist, als Kriegerin die Fassung zu wahren. Aber genauso wichtig ist es wohl zuzulassen, dass der Kampf das Herz berührt. Diese Einsicht habe ich dir zu verdanken. Hier, der Kampforden ist dein. Jawohl. Dann haben wir den vierten Orden. Die Hälfte haben wir. Oh. Dann sind es alle, bohren wir uns ein, schließlich Level 40 fangen. Du und dein Team, ihr werdet noch viele Kämpfe gemeinsam bestehen und viel zusammen erleben. Ich hoffe, jedes dieser Erlebnisse wird eure Herzen stärker werden lassen. Hoffen wir das mal. Herzlichen Glückwunsch zu seinem Sieg gegen Seidapain. Als Anerkennung deiner Leistung erreiche ich dir diese TM, bitteschön. Da ist die Vergeltung. Ja. Eine unserer Uniformen bekommst du auch noch obendrauf. Die völlig nutzlos ist. Ja. Den Kampforden hast du hier redlich verdient. Nur weiter so, Pelven. Nice. Tschüss, Baldwin. Hoi, boi. Und da ist Sanja auch schön. Haha, ich glaube, mein Voltje mag dich. Prima, dass ich dich hier treffe. Treffe. Du kennst doch die berühmte antike Stätte von Passbeck, oder? Nun, angeblich soll sie mit der Heldengeschichte von Gala zusammenhängen. Allerdings scheint mir das, was heute noch dort oben zu sehen ist, kein Original aus alten Zeiten mehr zu sein. Ich würde dir die antike Stätte, äh, antike Stätte gerne zeigen. Nachdem du mir letztes Mal schon einen hilfreichen Denkanstoß gegeben hast, würde mich deine Meinung dazu interessieren. Boom. Boom. Was in aller Welt war das für ein Geräusch? Kam das etwa von der Artikelstätte? Bestimmt nicht. Da bestimmt war da gesprengt worden. Schnell, lass uns nachsehen. Komm, Baldi. Ja, man hat ja schon gesehen, dass so ein Riss im Gemälde war. Und als wir rumgereist sind, haben wir schon gesehen, dass oben so ein Weg weiter geht. Von der Stätte weg. Das heißt, da wird jetzt wohl eine Höhle sein. Und da geht es wohl weiter dann. Ja, los. Was stehst du da rum? Ah, er versucht da durchzukommen. Alles klar. Weiß alles ein. Hör erst auf, wenn wir auf die... Auch den letzten Wunschstern gefunden haben. Ah ja. Ich werde so viele Wunschsterne auftreiben, dass der Präsident mich mit Dankbarkeit überschütten wird. Wie ist der denn aus? Party Naraya? Als Pokémon des Liga-Präsidenten solltest du dich glücklich schätzen, an meiner Seite für ihn Wunschsterne suchen zu dürfen. Nicht du schon wieder. Ah, ich verstehe schon, was hier vor sich geht. Du willst mir die Wunschsterne wegnehmen, um dir die Gunst des Präsidenten zu erschleichen. Ein perfider Plan, das musst du dir lassen. Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich dir das durchgehen lasse, oder? Niemand stellt sich zwischen mich und dem Präsidenten, ist das klar? Wir werden direkt kämpfen. Äh, okay. Wie wird denn geheilt? Ich glaub so, und das war das letzte Mal auch schon nach dem Aronakan. Oh, die Weiterentwicklung schon. Woll! Dicke ist Kramor. Wie groß das auch ist. Ähm... Wir haben keine Undlichtattacke mehr. Abschlag haben wir mit Porrenta. Nice. Perfekt. Lichtschild schwächt spezielle Angriffe. Abschlag ist aber... Phyl Ging. Hm? Phyl Ging. Phyl Ging, ne? Phyl Ging, ne? Phyl Ging, ne? Phyl Ging? Phyl Ging, genau. Oh, da haben wir den ersten Volltreffer. Durch diese Aktion ist mir quasi schon klar, was ihr drauf habt Ja, wir können jetzt eigentlich mit Forenter mit Abschlag durchgehen Ja Ladungsstoß, Werifix erlernen Das ist auch physisch, oder? Ne, ist speziell Sind wir denn speziell? Aber es sind beides 98 speziell, 96 Angriff Ah, das ist ja nice Okay, das ist ja nice Dann machen wir einfach Dreschschwege, würde ich sagen Sandsturm brauchen wir nicht Weil seine Fähigkeit macht das ja eigentlich nützlos Brimano Ach, das war das Okay, irgendwas Haben wir da nicht letztens irgendwas mit Brimano gelesen? Irgendein Item genommen? Ähm Weiß ich nicht mehr Na vorhin da, mit dem Pokémon-Entwicklung Nee, irgendwo hat einer das vorgelesen Und dann habe ich noch... Was ist denn Grimano? Ja, stimmt, irgendwas war da Uuuuh Stimmt, ja Was, ja Ist natürlich kritisch Kommt schon, Volltreffer, bitte Nee War kein Volltreffer, oder? Nee War nicht total Nein, kommt schon, Forenter Aber sind wahrscheinlich nicht schneller Als das war's wohl jetzt mit Forenter Na? Doch, das ist schwer Volltreffer, komm schon Nein Nein Ja, Volltreffer War's schon der dritte? Ich weiß es nicht Nee, war's der zweite, glaube ich Scheibe Na, schade Weißt du auch, mit einem KP überlebt schon wieder Was soll das denn? Okay Dann Wie ich sagen Abprobieren wir uns aber im Leben Zwar deutlich da drunter, aber Da sehe ich noch ein bisschen Erfahrung wieder mit Ah ne, ist auch 32, okay Ja, dann Haben wir ein bisschen Neuigkeiten 95, 85 Ich weiß nicht, ob es Geist ist Ich glaube nicht, ne? Nee, okay Dann passt das Da kommt Ponita Muss einfach gewinnen Fündiger Präsident Rose Ach, das ist ja hier anders, Ponita, ne? Das ist hier Psycho Die Frage, ob es wirklich nur Psycho ist, oder? Ja Scheint wohl so Ähm 35 Ja, mal fällt's gerade Warum setzt Agilität ein? Das ist doch eh schneller Dumm Jawohl, jetzt zieht die Hälfte ab, perfekt Ähm Hä? Was macht er denn da? Man weiß es nicht genau Asponita sieht echt cool aus Ja Hätte ich auch Lust auf, das zu haben im Team Wie geil muss Galoppa dann aussehen Mhm Wie geil muss die Shiny-Form sein Holy shit Da muss irgendwas falsch gelaufen sein Ich verlange eine Wiederholung Ja, gerne Wie kann das sein? Warum kommt mir ständig so ein Taugenichts Wie du in die Quere? Ich bin der Auserwählte des Präsidenten Ich bin es, der den Champel siegen soll Der Elite-Trainer, dem die Zukunft Galas anvertraut werden soll Und trotzdem Was kümmern die ein paar alte Steine, wenn es auf dem Spiel steht, was in tausend Jahren aus dieser Region wird? Was kümmern die ein paar alte Steine, wenn es auf dem Spiel steht, was in tausend Jahren aus dieser Region wird? Glauben sie etwa, dass sie dem Präsidenten mit ihrem Wankelmut eine Hilfe sind? Wenn sie wirklich seine Assistentin sind, dann unterstützen sie ihn gefälligst auch Betis Das reicht Es schmerzt mich, das sagen zu müssen, aber du hast mich zutiefst enttäuscht Als ich dich als kleinen Jungen entdeckte, sah ich eine große Einsamkeit in dir Aber darüber hinaus sah ich auch, dass gewaltiges Potenzial in dir schlummerte Ich wollte dir die Möglichkeit geben, dieses Potenzial voll zu entfalten Deshalb schickte ich dich damals auch auf die Trainerschule Ich sah mein jüngeres Ich in dir und wollte dir deshalb eine Chance geben, etwas aus deinem Leben zu machen Aber was hier geschehen ist, zeigt mir deutlich, dass du keine Liebe für Gala verspürst Es tut mir in der Seele weh, aber jemand wie du ist für die Arena Challenge nicht geeignet Du gehst jetzt erstmal nach Claw City zurück, wir entscheiden später, wie wir mit dir verfahren Uuuuh, das ist hart Das ist, äh Das, das kann ich dir ernst sein? Ich bin disqualifiziert? Damit begehen sie einen großen Fehler Sie haben mich doch persönlich für die Arena Challenge empfohlen Mir fallen hunderte von Möglichkeiten ein, mit dieser Situation umzugehen Und sie entscheiden sich allen Ernstes für die Schlimmste von allen Du hast ihn gehört, Betis Deine gesammelten Wohnsterne kannst du derweil mir überlassen Ciao, das war's mit Betis Ah, da sind ja auch Sanya und Payton Was für ein Schlamassel, nicht wahr? Es schmerzt mich, einen Challenger auf diese Weise scheiden zu wählen Aber es hilft nichts Arena Challenger üben eine Vorbildfunktion aus und haben sich daher stets tadellos und fair zu verhalten Tja Jetzt erinnere ich mich auch wieder daran Bei einem Kampf von Betis hat der Kommentator mal erwähnt, dass Betis keine Familie habe Als Rose ihn dann unter seinem Fittiche nahm, begann Betis alles für ihn zu tun Hm Uff, was für ein Desaster Hoffentlich lässt sich die antike Städte wieder restaurieren und jetzt bricht alles zusammen Ich glaube schon, ja doch Ja, wie gesagt, wir gehen den Weg da auf der Karte Lull Die Legendaries On the cover Wie ging denn ein Licht auf? Oh Gott, die quatsche Zwische wieder so viel Hier ging ein Licht auf Oh nein Wandmalerei ist völlig ruiniert Aber dass dadurch diese Statuen ans Tagessicht gekommen sind, ist Glück im Unglück Was an dieser Entdeckung ändert unser Verständnis der Legende Galas am meisten Das Schwert und das Schild Genau Diese Wesen, die wie Pokémon aussehen, führen ein Schwert und ein Schild mit sich Sie stehen außerdem ganz klar im Vordergrund und stechen viel stärker ins Auge als die Helden Ist dir sonst noch irgendwas an den Statuen aufgefallen? Das sind zwei Helden Genau, damit können wir wohl endgültig davon ausgehen, dass es zwei Helden gab Die Frage ist bloß, warum am Knospi Inn da nur eine einzige Heldenstatue steht? Die Statuen sind viel älter als die Wandteppiche oder die Heldenstatue im Hotel Deshalb dürfte das, was wir hier gefunden haben, näher an der Wahrheit dran sein Hm, was lässt sich daraus schlussfolgern? Hä, das Schwert ist ein Pokémon oder das Schild ist ein Pokémon? Ist beides richtig Nein Also es gehört zum Pokémon, denke ich mal, aber ich glaube nicht, dass es ein Pokémon ist Genau, das habe ich mir auch gedacht Wie es aussieht, trug ein Pokémon ein Schwert mit sich und das andere ein Schild Ja, so passt Was, wenn die Leute das Schwert und den Schild eins zu eng mit den beiden Pokémon verbanden? Dass sie letztendlich gleichbedeutend waren Du weißt schon, das Schwert stand für eines der Pokémon und der Schild für das andere Mit der Zeit konnte man sich schließlich nur noch an das Schwert und den Schild erinnern Als es die beiden Pokémon je gegeben hatte, geriet völlig in Vergessenheit Aha Wir haben es auch schon gesehen Die beiden Jünglinge sind also die Helden Und das Schwert und das Schild waren eigentlich zwei Pokémon Aber warum wurden die Statuen, die uns dieses Wissen vermittelt haben, hinter einem Kunstwerk versteckt? Danke jedenfalls für deine Hilfe Ich glaube, diese Entdeckung könnte zu einem richtigen Durchbruch werden Ist es doch schon fast? Aha Wenn du dich jetzt wieder der Arena Challenge widmest, sollten wir die hier helfen Als nächstes geht es für dich nach Fairberry Richtig? Dann mal viel Erfolg Dort Das war Belabor Können wir da jetzt rein? Nein Können wir da jetzt rein? Nein Okay, aber ich dachte echt, da geht es jetzt durch, weil Hier guck Hier hat so einen Weg Ah Okay, dann ist das vielleicht doch der Weg, der hier rechts vorbeigeht Na wahrscheinlich Da hast du eine Hühnengel Auch Oh, geil Ich glaube, das eine ist ein Wald Da ist die Pokémon wieder Da ist noch eine Arena Da ist noch eine Arena Achso, ja, nämlich auch eine Arena noch Ja, 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 okay Gut, dann Ich würde fast sagen Machen wir heute mal eine kürzere Folge Und dann sehen wir uns das nächste Mal Auf der nächsten Route wieder Ja Bis dahin Tschüss 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 Vielen Dank.